hallo und herzlich willkommen zu einer neuen smashing news folge trains im world 3 news das erste dlc wurde angekündigt und man sieht es hier schon auf dem bild es sind drei lokomotiven am start und zwar ist das ein lokomotiven bundle das heißt für die trains im world 3 strecken kassel würzburg für cajon pass und southeastern highspeed extension gibt es jetzt eben hier ein loko bundle mit drei neuen mehr oder weniger neuen lokomotiven wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen jetzt schauen wir uns erstmal an was ist denn da überhaupt mit drin enthalten in diesem addon also kauft man sich das gesamte paket dann kriegt man drei lokomotiven wie gesagt und die erste ist hier auf dem bild zu sehen die class 66 jetzt denkt man sich naja die ist doch schon dabei bei southeastern high speed ja natürlich ist die da dabei doch in diesem fall handelt es sich um eine railhead treatment train das heißt das ist so ein das ist sozusagen so ein technik zug das ist jetzt kein standard güterverkehr sondern man hat hier wie man auch auf dem bild sieht so spezielle wagons die da so ein bisschen mit so einer sandit mixtur sozusagen die gleise repariert oder instand hält kann man sagen das trägt wohl zum besseren grip der für andere züge bei nochmal zur übersicht mit dabei aus uk ist die class 66 in einer sehr verwitterten ews design variante dann ein dual tank mit generator ein dual tank mit pumpe ein single tank und noch ein triple tank als wagons genau das ist also damit drin wichtig zu wissen ist noch dass die der unterschied nicht simuliert wird also wenn du das die gleise damit streust mit dem zeug dann wird da kein unterschied in der simulation spürbar das sind quasi nur visuelle und auditive effekte die da eintreten dass damit sozusagen ein kleines engines in center fee lackierung und wir hatten diese ja schon in clinchfield railroad lackierung jetzt ist sie hier also in center fee lackierung mit am start für cajon pass das bringt so ein bisschen hier laufen noch drei bilder im hintergrund durch insgesamt davon das bringt so ein bisschen sagen wir mal vintage style mit auf die strecke und ja das kann dann da eben gefahren werden da gibt es dann ein paar fahrplan fahrten beziehungsweise diese lokomotive ist dann da verfügbar szenarien sind natürlich auch mit dabei also das kann man generell sagen es gibt das ist so ein bisschen wie die new journeys erweiterung die wir ja hatten für köln aachen für sandpatch grade und london baker luline underground da gab es ja dieses extension pack mit auch schon vorhandenen zügen die es schon irgendwo im spiel gibt theoretisch die dann ein anderes design bekommen haben und eben neue fahrplan fahrten und szenarien so ist das hier auch mehr oder weniger und jetzt kommen wir zum spannendsten denke ich mal für euch eventuell könnte das sehr spannend sein und zwar für die die strecke kassel würzburg eine baureihe 182 in dispolock gelb und grau lackierung sieht man hier auch wieder auf den bildern und ja das spannende daran ist so mehr oder weniger bisher war ja die baureihe 182 einerseits als passagier lokomotive bei rapid transit als dlc erhältlich oder auch mit enthalten in der strecke hamburg lübeck mit mrce lackierung als güter lokomotive und ja jetzt haben wir sie eben zum dritten mal hier die klar die baureihe 182 und da komme ich jetzt schon zu einem punkt wir haben jetzt mal so ein bisschen die fakten abgecheckt jetzt kommt gleich noch der preis und dann sage ich auch noch mal meine meinung dazu also kommen wir zunächst mal zum preis da gibt es eine gute nachricht eigentlich also zwei sagen wir mal zwei gute nachrichten gibt es da zum einen ist der preis bei 13 euro 99 das bedeutet es kostet so viel wie früher oder sonst eine lokomotive oder ein loko addon gekostet hat kriegst du jetzt hier drei in anführungsstrichen neue züge für 13 99 beziehungsweise wenn du jetzt sagst naja uk us interessiert mich nicht so ich möchte eigentlich nur die baureihe 182 haben dann kann man auch regionale editionen sozusagen sich zulegen da kostet dann also man kann die kurz gesagt die lokomotiven auch einzeln kaufen jeweils für je 599 jetzt ist der punkt es sind natürlich keine ganz neuen lokomotiven also wir haben die class 66 die ist schon mehrfach auch im spiel vorhanden gewesen das heißt die ist überhaupt nicht neu die hat ein neues design mit dem verwitterten look das war es dann aber auch was da natürlich mit neu ist sind diese wagons mit den tanks sozusagen oder mit den tendern die da hinten dran sind beim cajon pass haben wir tatsächlich die f7 einfach sozusagen nur gerepainted in anführungsstrichen also ich weiß tatsächlich nicht ob die physik von den fahrzeugen überarbeitet wurde aber ja also wir haben im prinzip drei lokomotiven insgesamt genauso wie die 182 die schon öfter im spiel vorhanden war drei lokomotiven die es schon mal gab also es ist nichts ganz neues bis auf die wagons wie gesagt von der class 66 und jetzt können wir natürlich nicht kommen wir zu auch zu meiner meinung jetzt das kann man natürlich kritisch sehen und sagen naja wir haben diese drei lokomotiven ja schon jetzt wird das so ein bisschen recycelt so ein bisschen aufgeputscht mit fahrplanfahrten für andere strecken etc aber im prinzip ist es ja sachen sind es ja sachen die schon im spiel waren ja richtig man muss nur bedenken es hat nicht jeder alle dlcs jeder spieler sozusagen hat nicht alle dlcs das heißt es kann sein es gibt leute die haben sich erst train scene world 3 zugelegt und haben eben nur diese drei strecken die da in der originalversion mit enthalten sind und für die ist das natürlich super für jemanden der natürlich die class 66 die 182 oder die f7 schon hat und wird für für jemanden für den es nicht so spannend ist da ist natürlich klar dass es eher wie so ein recycling sich anfühlt finde ich aber gar nicht so verwerflich denn sie bieten hier ja auch so ein bisschen neues frisches gameplay an und da steckt natürlich auch ein bisschen arbeit drin nicht nur ein bisschen sondern mehr als genug würde ich mal sagen für auch den für doch der games verhältnisse sehr angemessenen preis von 1399 für drei eben lokomotiven auch wenn diese nicht komplett neu sind ja also von dem her ich bin da naja hin und her gerissen wäre jetzt zu negativ ausgedrückt ich finde es total okay und ich finde das ist ein ansprechendes dlc für den ein oder anderen spieler die eine oder andere spielerin von trains in world 3 sicherlich auch wenn es nicht jede person sicher begeistern wird aber mein rat da immer dann kauft es euch nicht also wenn ihr sagt das ist überflüssig für euch ihr habt das alles schon vielleicht mit anderem design aber es gibt ja auch noch den creators club dann müsst ihr das natürlich auch nicht kaufen und dann verpasst ihr da auch nicht viel aber wenn ihr sagt kommt das ist cool ich habe auch noch keine andere 182er möchte die auf kassel würzburg jetzt haben ohne mir hamburg lübeck kaufen zu müssen beispielsweise dann ist das doch eine super sache ja so sehe ich das an der stelle bedanke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal und macht's gut ihre nächsten anschlüsse das neueste video oder ein anderes video das dich interessieren könnte direkt gegenüber dann geht's gut